Okay, ja, er hat gerade die Aufnahme beendet. Keine Sorge, man hat nur zwei Sekunden verpasst. Ich hab's noch rechtzeitig gemerkt. Ja, wie gesagt, unter mir sind diese drei Typen und ich muss jetzt aufpassen, ich hab diesen Stealth-Weg auch noch nie geschafft. Oder die sind da unter mir, oder? Ich kann doch mit dem Wärmebild, genau, die sind direkt unter mir. Ich weiß hier echt nicht, wie man auf dem Stealth-Weg vorbeikommt. Und ihr habt da unten gerade, ähm, da das ist weiß, was ihr seht, der raucht, das ist nämlich die Kühlzelle. Da sieht man wirklich so gut wie nichts. Also ohne das Wärmebildgerät, aber dazu kommen wir später. Oder gleich, hoffe ich mal. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so lange dauert. Die dürfen mich nicht sehen, aber wie, wie, wie? Warte mal, die gucken doch, glaube alle. Ja, die werden mich auf jeden Fall sehen. Ja, zwei Typen, drei Typen. Gucken wir, Wärmebild. Ich weiß ja nicht, bringt das was, wenn ich auf die Rohre schieße? Ich doch, du sollst doch die Waffe. Ich probier's mal. Hab was gehört? Nee, der bringt nix. Der lenkt die ab, aber das... Warte mal, wo geht die lang? Der geht da lang, das hilft mir nicht und der bleibt da. Warte mal, nee, mach nochmal. Mach das normal, dann schieße ich mal auf die andere Seite. Da ist der Drohre. Der sagt, gehen wir. Okay, da sind drei Typen. Ich glaube, einer von denen geht, oder? Oder was? Nee. Nach, ich bin doch... Das ist doch nicht... Ey, ihr könnt mir so selber in eine Fresse boxen. Jetzt hab ich Laden gedrückt, anstatt Speicher nehmen. Ey, das muss man so fest bestraft. Ich sag, ihr kann mir das einfach nicht merken. Das ist nicht unsere Sache. Gehen wir. F5F8 ist für mich die Folter. Gut, jetzt aber speichern. So, dann probiere ich das einfach mal aus. Warte mal, drück mal den hier. Dann versuche ich mal, mit einem Schuss abzulenken. Da kommt jemand. Ja, da kommt jemand. So, ich glaube, die gehen jetzt, oder? Ah! Na, Scheiße, hat nicht geklappt. Aber die Globetet waren nah dran. Ich weiß nicht, die waren nicht sofort abgelenkt. Da, 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 da. Speichern. So, jetzt nochmal. Nein! Ach, wieso, wieso hat's denn jetzt nicht geklappt? Nochmal, wir sind weiter weg. Nein, wieso, wieso macht er das denn jetzt nicht? Was ist denn jetzt ein Problem? Ich meine, ihr könnt auch eine Gasgranate runterwerfen, aber das ist ja nicht Stealth-Modus. Habt was gehört? Ah, das wird so nischt. Aber ich hab, ich hab einfach das Gefühl, ich bin nah dran. Guck mal, ich drück mal den hier. Dann speichern ich nochmal. Da kommt jemand. So, jetzt mal ganz genau gucken. Nichts weh, ihr bleibt da. Der dreht sich um, das ist schlecht, das ist schlecht. Jetzt kommt der wieder zurück. Nee, das bringt mir nix. Das bringt mir absolut nichts. Weil, ihr könnt... Naja, Quatsch, ist ja auch immer kein Stealth-Modus. Weil, doch, warte mal, wenn ich hier durchschießen kann, dann kann ich doch auf diese... Genau, ha, ha, das ist die Lösung, oder? Ey, ich weiß nicht, wie sagt ihr, das ist ja kein Stealth-Modus. Wenn ich jetzt hier runterschieße, kann der durch diese... Ich weiß nicht, was das ist, Pappe, wird's nicht sein irgendwo. Ach, keine Ahnung. Aber wenn ich hier runterschieße, dann kann ich hier... Kann ich auf das Rohr schießen? Probiert einfach mal aus. Naja, das bringt doch nix, ey. Das bringt nix, wenn ich auf die Rohre schieße. Warte mal, wenn ich hier hingehe, vielleicht werden sie dadurch noch mehr abgelenkt. Und was war denn das? Nee, die zwei bleiben da, das ist kacke. Ah, ich hab das Gefühl gehabt, jetzt klappt's. Mann, ich verstehe jetzt, ey, was wollt ihr denn? Ey, ich will unbedingt diesen Stealth-Weg schaffen, ey. Verdammt nochmal, das kann nie wahr sein. Ich muss die doch irgendwie ablenken können. Warte mal, was ist denn, wenn ich auf das Rohr schieße? Das sieht mir hier so einsam verlassen aus. Ja, gut, da passiert einfach mal gar nix, ey. Nee, das bringt mir nix. Nee, das bringt mir nix, das bringt mir nix, oder? Nee, die bleiben da stehen. Boah, ey, Leute, ich will's schaffen, ey. Ja, wenn nicht, dann muss ich, äh... Ja, das hab ich ja bei Toy Story letztens, oder ich wollt's bei Toy Story letztens auch machen, aber wollte ich nämlich offscreen etwas suchen. Und dann hab ich's doch nach einer Minute gefunden. Und dann dachte ich's doch, mach's doch im Video noch hin. Und ich will, nee, ich denke mal, ich werde das hier offscreen machen, weil ich... Ja, ich will jetzt nicht irgendwie hier, dass ihr mir jetzt 30 Minuten hier zuguckt beim, äh, Stealth-Weg suchen. Ich denke mal, im Notfall, ja, im Notfall würde ich das offscreen machen und würde einfach mal so lange probieren, bis ich selber den Stealth-Weg finde. Denn, wie gesagt, ich will's finden. Ich kann natürlich, wie gesagt, ich hab natürlich hier, äh... Oh, meine Arm tut schon wieder weh. Boah, der geht gar nicht. Und deswegen hasse ich PC-Spiel. Ich hab hier natürlich Taser, Rauchgranate, könnte ich alles nutzen, aber das ist halt nicht Stealth. Das ist natürlich, warte mal, was ist denn, wenn ich... Das knicklicht. Hey, wobei, das ist Quatsch. Ich denke mal, das ist irgendwas. Warte mal, was ist denn, wenn ich... Bisschen schneller los? Da kommt jemand. No, lecke ich die ab, oder? Ich lecke immer nur den ab, die anderen bleiben stehen. Das kann nicht wahr sein. Nein, ich krieg's nicht gebacken. Ich krieg's echt nicht gebacken. Ach, das muss doch irgendwie ein Weg geben, ey. Ach, mach doch nicht, ey. Dieses Scheiß wechseln ständig, denn es... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte bringen mir nix. Die, die zwei bleiben immer wieder stehen. Das ist, wenn ich da hinten hinschieße. Hab was gehört? Wer geht jetzt? Das bringt mir auch nix. Das bringt mir nix. Geht der jetzt lang? Ich springe einfach mal runter. Ja, das ist... Kannst, kannst knicken. Kannst echt knicken. Ne, gut, ich werd's so machen. Ich werde hier jetzt... Oh, der scheiß Untermieter, der macht schon wieder Krach, der Penis. Ach. Ich werd's einfach so machen. Ich werd, ähm... Ich werd die Aufnahme hier beenden. Ich werde offscreen versuchen, einen Stealthweg zu finden. Und wie gesagt, ich möchte jetzt, ähm... Ja, ich möchte jetzt keine wesentlich viele Parts hier an der Stelle verschwenden. Und wie gesagt, ich werd das offscreen machen. Und, ähm... Ich werd's dann wieder aufnehmen und euch zeigen, wie es geht. Und, ähm... Wenn ich den Weg denn überhaupt finde. Also, wie gesagt, mach ich hier einen Schnitt. Und, ja, bis im nächsten Part.